Und damit herzlich willkommen zum Staffelfinale der ersten Season von Modern Warfare. Am 11. Februar kommen wir in die zweite Season, darum gibt es heute mal die Highlights der Season 1. Oh, me! Oh! Was he doing there? He just went for the spawn peek on me and I have to delete him from the game, this is very unfortunate. What is this round? I don't know! I love to see it! I am not dying to malu. We're getting it, baby! NVIDIA, what was your fucking purpose in this game? I am not dying to be a fool! Other than fucking smoke grenades! Fucking thermal sights! Absolute fucking belly! Achja, noch was. Ich hab mal in die Kommentare von diesem Shipment Trailer von Dezember reingeschaut und sowas gelesen wie... This trailer became false as soon as is a guide to a finishing move without getting shot in the back. Oder... I'll give someone a million dollars if they really have the time to pull off an execution on this map. Let's do this! We'll be right back. I'll let you see! I'm down to 60% of the game. I'm down to 60% of the game and go in here, guys. I'm down to 50%. I'm down to 60%. I'm down to 60%. I'm down to 60% of the game. Gut, kommen wir nun zu den Highlights der Season 1. Ich habe das Spiel zwar seit Release, aber es wird hier nichts aus der Season 0 jetzt geben, außer... Okay, gut, kommen wir nun zu den Highlights der ersten Season. Habt ihr gesehen, ihr wollt mich schon wieder damit umbringen, okay, okay? Why y'all sleepin' on me, I can hear you snorin' Time to live right now, my phone is always wet, wet Makin' bids right now, I'm gonna be the best freak Let's kill them all right away. We're gonna go ham on these bitches. Yeah. My name is my name. Ich nein, du dumm, du ich ja, du dumm, nein, ich nein, du dumm... Ohhhh, okay! Oh yeah, the play of the game is me all over. Look at this, nice shots all over the ocean. Another one and the last one. Farmers gut, farmers gut. Voll gut. I'm here with my guys to Marvin Weizen. He's wrong just out of Germany. Headquarters. Fusil d'assaut de la Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne. Sturmgewehr der Nationalen Waffenfabrik von St. Etienne. Spawn Peak, Marley One Tap. Good morning in the morning. Good morning in the morning. Good morning in the morning. Marley, Marley? Are you Marley? Yeah, second. Hey, DD Megadudu. Warte, was war das für'n Abschluss? Oh, me! Brr! Brr! Ja, einfach mal eben kurz so wie das halt immer läuft. In meinem Leben. I'm gonna run, I'm gonna throw, and I'm gonna... Brr! Bing, bing, bong! Bing, bing, bong! Links, rechts, links, rechts! Plopp! Bing, bing, bong! Blip, plop! Blip, plop! Bing, bong! Bing, bing, bing! China! Und hat der Marley sein Passport vergessen, oder war das alles umsonst? Da stand nichts von dein Passport! Okay, we're back at the shoot house 24-7. Snipe! With the peepee and the poo-poo. Oder soll ich hier snipen? Mit the bing, bing, bong? Ah, nea... The bing, bing, bong? Or the figgi-figgi? Or the peepee-poo-poo? DD Megadudu! We connect! Smoothie, smoothie, don't know what! Ey, boy, alter! Ja, ist echt schwachsinnig. Alter, dieser Typ, ne? Ach, El Spat heißt der. El Spat, der so spart war. Der kriegt euch die Nachricht des Jahres. What the fuck was that? Oh, nein. Rodriguez. Oh, nein... Oh, nein. Ah, dumm, Alter. Ich dumm, du ja, du ich dumm, ja. Oh, 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 ja, ja, mach mal. Die eintraudigste Runde insgesamt. Cool. Das ist der wahrhaftige Aufstieg der Noobs. So, und nun verabschieden wir uns von Season 1. Danke und bis Season 2. Jör, was geht ab, Leute? Hier ist Clay Quinn und viel Spaß mit einem Video von Marvin. Das ist der wahrhaftige Aufstieg. 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 Das ist der wahrhaftige Aufstieg.